Ein Video von Dave darf natürlich heute auch nicht erzählen und zwar wie man so und so viel Euro im Schlaf verdienen kann in Klammern Money Glitch. Let's go! Kleine Hacks und Tricks um irgendwie an Geld zu kommen. Dass man grundsätzlich im Internet Geld verdienen kann, wisst ihr. In den letzten Tagen ist mir allerdings eine super verrückte Idee gekommen, wie ich während dem Schlafen im Internet Geld verdienen kann und das ganze ist kein Witz. Funktionieren wird es aber nicht durch mich alleine, sondern nur mit eurer Hilfe. Was ich vorhabe und wie das funktionieren soll, erfahrt ihr in diesem Video. Dieses Video ist tatsächlich aus einer Idee heraus entstanden, wie ich möglichst viele Spenden für die Ukraine sammeln kann. Was in der Ukraine gerade abgeht, ist völlig unglaublich. Dass wir Krieg in Europa haben, hätte ich niemals gedacht. Ich kann mir schon genau ableiten, was in diesem Video passiert, weil ich das Exemplar oder das Entstehungsvideo beziehungsweise das Projekt schon gesehen habe. Wurde mir natürlich auch in der Timeline vorgeschlagen, aber ja, finde ich eine sehr coole Sache, was ich bisher gesehen habe. Und ich wollte eine Möglichkeit finden, wie alle von uns etwas dagegen tun können oder den Leuten dort helfen können, auch wenn das Geld bei ihnen vielleicht gerade knapp ist. Und genau so ist dieses Video entstanden. Alles, was in diesem Video also passieren wird, das komplette Geld, was dabei rumkommt, geht sofort in die Ukraine. Und nicht nur das. Sobald ich erstmal alles erklärt habe, werdet ihr es noch verstehen. Ich werde den Betrag komplett verdoppeln. Ich bin kein Politikwissenschaftler. Ich will da meine Einschätzung gar nicht zu groß rausgeben. Es ist unheimlich schrecklich für alle Leute, die da sind. Ich und viele Leute um mich herum befinden sich in den letzten Tagen und Wochen in einer absoluten Schockstarre und wissen gar nicht so recht, wie man mit der Situation umgeht. Ich denke an alle von euch, die Familie dort haben. Ich denke an alle Leute, die da sind. Und ich probiere mit diesem Video einfach was Gutes zu tun und euch damit einzubeziehen und die komplette Kraft dieser Community zu nutzen, um einfach wirklich vielleicht ein bisschen was zu verändern. Und nicht wundern, jetzt wechselt das Video wieder zu einem Unterhaltungsvideo. Das, was ich kann, das ist mein Job und ich hoffe, dass ich euch auf ein paar andere Gedanken bringen kann. Viel Spaß mit dem Video und lasst uns gemeinsam was Gutes tun. Vor einigen Monaten habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich erzählt habe, wie viel Geld ich in 2021 verdient habe. Auf das Video wurde reagiert, erstmal nichts Ungewöhnliches. Dann habe ich mir irgendwann beim Essen mal die ganzen Reactions angeschaut und geguckt, was meine YouTube-Kollegen so dazu sagen oder vielleicht, was sie verdient haben. Dabei gab es eine Person, die den Rahmen völlig gesprengt hat, aber seht selbst. Ich weiß nicht warum, wir haben nur gepennt, sieben Stunden, gestreamt, hochgeladen, 824.000 Aufrufe und damit haben wir 2600 Euro gemacht. Also, es ist kein... Naja, das habe ich gesehen, die ist von Trimax, das ist asozial, krass. Man muss sich vorstellen, mit einem Video, wo einer gar nur gepennt hat, hat er mehr verdient, als viele im Monat verdient. Wie ein Großteil, die verdient in Deutschland den Monat. Kein Witz, Trimax hat ein Video hochgeladen, in dem er schläft. Das Video bekommt 800.000 Aufrufe und er verdient 2600 Euro. Dass das völlig absurd ist, muss ich keinem von euch erzählen, ich bin aber ein bisschen ins Grübeln gekommen. Wie könnten wir das für uns nutzen? Wie könnten wir das in der jetzigen Situation nutzen? Und vor allem, wie können wir das auf die Spitze treiben? Dazu aber erstmal kurz YouTube-Theorie. Geld mit YouTube-AdSense zu verdienen, funktioniert dadurch, dass sich Zuschauer Werbung anschauen. Wenn der Zuschauer die Werbung nach 5 Sekunden wegklickt, bekommt man weniger, als wenn der Zuschauer die Werbung komplett durchlaufen lässt oder sogar draufklickt. Im YouTube-Studio, also wo YouTuber die Einstellungen für ihre Videos vornehmen, kann man selber entscheiden, wie viel Werbung im Video vorkommen soll. Das bedeutet, ich kann auch, wenn ich möchte, alle 2 Minuten Werbung reinballern, was bei 8 Stunden Schlaf ca. 240 Werbungen wären und damit 238 Werbungen mehr als bei Trimax. Wenn ich jetzt also möglichst viele Leute dazu bekommen würde, sich ein 8 Stunden langes Video von mir beim Schlafen reinzuziehen, bei dem alle 2 oder 3 Minuten Werbung läuft, dann könnte das ein absolut lukrativer Money-Glitch sein. Damit das Ganze aber funktioniert, brauchen wir vorrangig noch genau 2 Sachen. Ein Video, in dem ich schlafe und zweitens, das Schwierige, möglichst viele Zuschauer, die sich dieses Video die vollen 8 Stunden anschauen. Ja, das ist sehr geil. Sehr, sehr geile Idee. 140 Werbungen, schön und gut. Ich muss aber Leute eben wieder dazu bekommen, sich 8 Stunden lang reinzuziehen, wie ich schlafe und alle 2 Minuten Werbung kommen kann. Und hier geht das Problem so ein bisschen los. Ich muss quasi euch davon überzeugen, dass es geil ist, sich dieses Video komplett reinzuziehen. Es beim Zocken nebenbei auf einem Screen auf Lautstärke 1 laufen zu haben. Wenn ihr irgendwann chillen seid und natürlich nicht, wenn ihr schlaft, sondern nur, wenn ihr aktiv schaut, das Video nebenbei auf Stufe 1 auf eurem Handy laufen zu haben. Es ist die ganze Zeit, immer wenn ihr nicht aktiv an einem Gerät seid, auf Lautstärke 1 dieses komplette Video durchlaufen zu lassen. Es muss die ganze Zeit laufen. Damit ich aber meinen Teil auch noch dazu beitrage, habe ich mir was ziemlich cooles überlegt. Ich werde den kompletten Betrag, der mit diesem Video rumkommt, in den ersten 7 Tagen verdoppeln. Mit einer Grenze von 10.000 Euro können wir es also schaffen, eine ordentliche Summe zusammen zu bekommen und die dann in die Ukraine zu schicken, wo sie deutlich nötiger gebraucht wird als bei uns. Aber wie zur Hölle kann ich es mir überhaupt leisten, den Betrag bis zu 10.000 Euro zu verdoppeln? Jetzt kommt der Sponsor für dieses Video. Genau das habe ich mich auch gefragt. Ich habe alle meine Partner angerufen und einer war sofort bereit, das Ganze super kurzfristig zu unterstützen. Rhinoshield Wie immer muss ich euch nicht erzählen, dass Rhinoshield so ziemlich die besten Handyhüllen auf dem Markt macht. Sie wurden unter Panzer gelegt, sie wurden aus Helikoptern geschmissen, ihr kennt das Ganze. Jetzt gibt es allerdings eine neue Hülle, das Clear Case, bei dem es noch mehr zu customisen gibt, als bei den Hüllen, die ich euch schon vorgestellt habe. An der Hülle könnt ihr so ziemlich alles ändern. Die Knöpfe, die Kamera-Frames, das Lanyard, das übrigens aus 100% recycelten Plastik ist. Damit könnt ihr euch die Hülle genauso zusammenbasteln, wie ihr sie haben wollt. Let You Be You ist der Kampagnentitel, was ziemlich gut passt. Natürlich könnt ihr weiterhin auch alle verschiedenen Designs und Prints auf den Hüllen haben, die Rhinoshield so im Angebot hat. Also egal ob 7 vs. Wild, Disney, NBA oder ganz viele verschiedene andere Designs, ihr könnt euch die Hülle wirklich genauso gestalten, wie ihr sie haben wollt. Ich bin unglaublich stolz und sehr happy, dass Rhinoshield so schnell reagiert hat und bereit ist, dieses Video und diese Aktion zu unterstützen. Über den ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr auf die Website, sucht euch was aus und gestaltet euch die Hüllen, so wie ihr sie haben wollt. Es ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Ich weiß es sehr zu schätzen und vielen Dank, dass Sie mich dabei unterstützen, den Betrag zu verdoppeln. Jetzt geht's weiter mit dem Video. This is where the magic happens. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, hier wurden gerade 8 Stunden Feinstar-Content produziert mit dem Selbstverständnis. Head-Up des Grauens, einfach Kamera, Macbook, alles in OBS und dann schön 8 Stunden lange Aufnahme. 300 GB, die werden jetzt hochgeladen und dann hoffen wir mal, dass wir da ein paar Ads reinballern können. Das waren die anstrengendsten 8 Stunden Content-Produktionen, die ich jemals hatte. Jetzt gilt es aber das Ganze noch nachzubereiten, das muss nochmal neu rausgerendert werden. Ich leg Mucke dahinter, damit die Leute, die YouTube Premium haben, das Ganze quasi als Lo-Fi-Playlist einfach nehmen können und Mucke dabei neben dem Zocken und beim Schlafen oder wobei auch immer hören können. Und außerdem habe ich mich gefragt, wie nennt man so ein Video. Weil eigentlich, wenn ich den richtigen Titel treffe, wenn ich den richtigen Nerv treffe, könnte ich auch internationales Publikum bekommen. Also wenn ich quasi schreibe, this video contains maximum ads, all proceeds go to Ukraine oder irgendwie sowas, dann könnte es sein, dass das irgendwie vom Algorithmus mit aufgenommen wird und daraus irgendwas entsteht. Ich werde natürlich das Video bei Reddit posten, ich werde natürlich alles versuchen, um möglichst viel Reichweite darauf zu bekommen. Und natürlich hoffe ich auch auf eure Mithilfe. Aber ganz wichtig ist es eben, dass ich Leute erreiche, die nicht eh schon meine Zuschauer sind. Am besten von überall auf der Welt, dass jeder dieses Video im Hintergrund laufen lässt. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache. Ich suche jetzt erstmal Mucke raus, die in den Hintergrund kommt und dann können Leute das eben als Playlist benutzen. So, hinter mir seht ihr den Anfang des Videos durchlaufen. Da erklärt eine englische Stimme, wie genau das funktioniert, was ich vorhabe, damit wir alle Leute abgreifen können, die jetzt nicht direkt aus dieser Community kommen. Ich setze mich gleich mit jemandem zusammen, der mehr Plan von Reddit hat und einen Account hat, der schon viel gepostet hat und so, damit wir das auf Reddit verbreiten können. Ich werde das natürlich auf allen anderen Socials von mir auch noch verbreiten. Und im Prinzip heißt es jetzt rendern, Video hochladen und darauf hoffen, dass es in irgendeiner Weise funktioniert. Ich weiß ja gar nicht genau, ob YouTube das nicht alles checkt und dann gar nichts passiert. Es kann natürlich auch gegen die Richtlinien verstoßen, wenn du natürlich sagst, okay, Leute gucken sich die Werbung halt nur an. Lass sie einfach durchlaufen, so nach dem Motto, weil natürlich dann Werbekunden abbringen könnten. Weil die wollen ja auch, dass Leute interagieren damit und es wird halt keiner sicher gehen. Ich hoffe, dass alles glatt läuft und wir Geld zusammen bekommen, dass ich dann verdoppeln kann und das dann rausgeht. Ähm, ja, ist sehr cool. Ich habe gerade über eine Stunde hinweg Ads in dem Video platziert. Es ist alles fertig. Ich lade jetzt die 8 Stunden hoch. Klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Lasst das Video im Hintergrund laufen. Ich würde euch natürlich niemals sagen, dass ich es beim Schlafen laufen lassen sollte. Nur böse Zungen würden so etwas behaupten. Ich hoffe sehr, dass es funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich probiere jetzt irgendwie richtig Aufmerksamkeit darauf zu bekommen. Und ich hoffe, dass ihr mich dabei unterstützt. Es ist eine ziemlich verrückte Idee und es kann natürlich wieder sein, dass nichts funktioniert. Aber wir hoffen mal das Beste. Über den ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr zum Video. Lasst es laufen. Vielen Dank an RhinoShield, dass sie mich und dieses Projekt und diese verrückte Idee unterstützen. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Ich mache mich auf den Weg nach Asien jetzt, um dort ganz viele Videos zu drehen. Und jetzt geht es endlich wieder richtig los. Außerdem, ich habe vielleicht schon eine Wohnung für das Wohnungs-Umbauprojekt gefunden. Liebe Grüße. Ciao. Sehr geil. Sehr, 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 sehr wild. Guck grad mal, was... Wie viele Views hat das hier? 146.298 Views. Auf jeden Fall wild. Ja, wir sind gespannt. Wir sind absolut gespannt, was da passiert. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viel da rauskommt. Wir werden es sehen. Wir werden uns das Ergebnis anschauen. suck'. Dann die Geräusche rauskommt, skiod Silk. Okay, ich bin schon mal gespannt, wie viel ihr das confirmiertoriere. Ja, ich hjäl keinen acaba, ich weiß ja, dass es auch oben мнet walnut migrant ist.